Hallo. Hi. Es ist soweit. Ah, ich höre euch. Hallo Zeiss. Na? Boah, das ist ganz schön laut. Das erste Mal, dass ich dich höre. Ja. Sonst du im Stream gelesen. Ja. Na, einmal hat man mich ja schon gehört. Das ist auch schon ein paar Monate her. Das war nur sehr leise damals. Das war ein bisschen schwierig. Bei Forza. Toffe. Einen wunderschönen guten Abend. Moin. Na, alles gut? Ja. Sehr schön, sehr schön. Zeus, du bist erst Level 40? Ich will das Spiel kaum. Ach so, okay. Ich dachte, du wärst schon viel, viel weiter. Nee. Ah. Oh, wir sind bereit. Hehehe. Hehehe. Alle sind bereit. Bereit sind wir. Hehehe. Ja, ich hab noch keinen Charakter. Alan Wake hat er übernommen, weil ich halt Alan Wake über Epic gezockt hab. Ansonsten hab ich überhaupt keinen Skin. Aber, ja. Wie geht das Sieg ist Musik? Warte. Hehehe. 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 Ja, die Sieg ist Musik, genau. Das ist schon geil. Das ist wohl eher die Fellmusik. Hehehe. Ja. Ja. Ja, Mia ist recht. Der sieht echt schnieke aus. Ich hab gestern hab ich mir noch dann... Kann ich den drehen irgendwie? Oh, weg ist er. Hehehe. Hab ich mir noch ein Schwert hinten drauf gepackt. Hehehe. 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 Oh, was zuckelt da. Hehehe. 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 Oh, Gott. Das rät schon gut an. Ja. Hehehe. Hehehe. Er kriegt es sich immer ein, ja. Hehehe. Hehehe. Oh, muss ich die Laufstärke aufpassen. Hehehe. So. Hehehe. Hehehe. Ja, ne, Maverick ist das, wo er mich übersteuert. Hehehe. Aber ich habe es leise gemacht jetzt. Okay. Oh, was ein Geruckel. Jetzt geht es. Für Fortnite. Was habt ihr genommen und warum habt ihr uns nichts abgegeben? Oh, ihr seid schon gesprungen. Ja. Ich glaube, das wird noch ein Clip. Autsch. Oh, das tut schon weh. Das musste ich euch so leise machen, dass ich kaum noch was will. Ja. Was ist, ist schon tot? Ja. Sag ich doch, die Siegesmelodie regelt. Ich komme gar nicht zu, ihr seid so weit weg. Alter. So. In der Auge. Ja. Schon. Was ist da denn los? Naja, wir sollten vielleicht nächstes Mal ein bisschen weiter weg vom Bus landen. Mein Tipp. Was für ein Titz. Toffel, ich komme zu dir. Oh, da ist jemand. Da ist jemand. Ja. Ohne Waffe wird nichts. Ja. Schwierig. Kannst du hier ein bisschen kitzeln mit der Spitzhacke. Oh, Toffel ist tot? Kannst du ja zu kitzeln. Einfach rein rein. Das ist Neustadtkarte sammeln. Was ist das denn? Also, mich kannst du noch hochnehmen, Michel. Eigentlich. Ja. Sobald ich eine Waffe habe, probiere ich mal ins Feld zu kommen. Eigentlich gar nichts. Ich kann ja auch gleich alle Neustadtkarten, äh, weg da. Die macht Aua. Ja, ist mir gestern auch schon zum Verhängnis geworden. Okay, bin tot. Sonst hol einfach die Neustadtkarten und lauf. Keine Ahnung, was du meinst. Ja, bei mir stand, du wirst gejagt. Ja, Kopfkopf. Ich werde immer gejagt. Ah, hier. So. Guck mal, hier, Waffen. Und Zeus wartet auch noch. Ja. Ja. Oh, warte. Oh, ja. Und Michel ist warm tot. Muss mal umdenken hier. Das ist ja... ...ganz anders. Wie im Controller. Ich glaube, wir müssen gleich... ...mal meinen Skid wechseln. Einer, der vielleicht Glück bringt. Meins, bei dem du keine sieges Musik brauchst. Na, hoffentlich. Das war der, der mich... Aber das für eine Scheißwaffe. Okay, da muss ich jetzt erstmal reinkommen. Das ist jetzt ganz anders wie gestern. Ja, Maus und Tastatur ist beim ersten Mal spielen sehr komplex. Absolut, ja. Absolut. Du brauchst ein Studium für. Ja. Vor allem auf der Xbox konntest du die Waffen einfach mit R, B und L, B durch switchen. Jetzt muss ich gucken, wo ich drücken muss. Und da ist das Mikro im Weg. Muss mal ein bisschen umbauen hier. Ein Stück runter. Das heißt, du bist in der Lobby. Ja, ich muss ja aber ins Kiden wechseln. Achso, ja. Dürfte aber auch so gehen. Ja. Stimmt, da war ja was. Aber der mit dem Tuckenkopf war auch nicht schlecht. Da hatte ich immerhin was zu lachen. Ja. Ich hab mich Michel angepasst. Nehm mir den Controller, den hatte ich an der Xbox gestern. Heute will ich es mit Maus und Tastatur probieren. Weil Ego-Shooter mit Controller ist eigentlich nicht gut. Auch wenn es gestern funktioniert hat. Wir haben ja dominiert wie Sau. Das war echt geil. Jetzt kommt der wieder zu Düsseldus. Ich reite durch die Gegend. Reiten kann man jetzt auch falsch verstehen. Da kommt der Falschdenker raus. Das sieht gut aus. Oh. Ach, bitte. Das ist ein Scheißer. Wie springt er denn? Oh, hier. Warte mal. Jetzt ja. Was? Da hinten. Oh, wenn ich gleich. Bist du behindert? Ne. Doch, ja, bin ich. So gesehen, ja. Alter. Da. Außerdem kann ich so meinen Gleiter besser lauschen. Ha. Mein Gleiter macht Musik. Toffel, ich bleib mal in deiner Nähe. Tu hör dies. Ja, und ich höre meinem Gleiter beim Musik machen zu. Ich höre deinen Gleiter ja nicht. Du bist zu weit weg. Ja, dann mach mal Gleiter auf, dann kann ich dich. Fällt es überhaupt, Toffel? Ich hab das Gefühl. Ja, so langsam. Ja, ne? Oh, jetzt sind wir so niedrig. Jetzt können wir auch hier unten landen. Oh ja, wir sind tatsächlich schon ziemlich weit unten. Oh, wir haben völlig dominiert mir. Das war echt geil. Fünf Matches in Folge, epische Sieg gehabt. Das war echt cool. Ich glaub, ich bin gerade am schlimmsten Ort gelandet. Nee, ich bin hinter dir. Ja, ich bin im Hochsicherheitstrakt hier gelandet. Oh. Also an der markierten Stelle, wo wir vorhin wollten, ist auch noch hingegleitet. Da, wo der Sicherheitsbus auch ist. Der Restartbus. Ja, genau, ich bin hinter dir. Aber, nee, ich brauch erst mal ne Waffe. Ich will jetzt gar nicht hin. Oh, da seh ich was. Da seh ich was. Kommt, wer? Wer zum Geier ballert auf mich hier? Hier gibt's auch Bots. Ach, nee. Bin ich jetzt nicht drauf gekommen. Ah, eh. Oh, Gott, ist das eine Ungewöhnung, ey. Da wird noch ein bisschen was schieflaufen. Sagen wir so, ich hab den Boss gerade gekillt. Ja, nur weil ich die Drecksarbeit gemacht hab. Bitteschön. Hallo, ich hab den allein gekillt. Oh, hier. Ich hab mich um seine... ...ge... ...gekümmert. Ja, ich zieh mir mal kurz ein Vigi rein und dann kann ich den Tresor für uns offen machen. Also jeder, der guten Loot haben will, da hinten ist er, oh Gott. Ich hab gehört, ihr wollt guten Loot. Nö. Loot wird überbewertet. Ja, das würde ich nicht sagen. Nee, auf keinen Fall. Erstmal... Erstmal muss ich zum Tresor kommen hier. So, warte mal drei. Äh, ich muss ihn auch erst mal suchen. Ah, hier. Das ist halt eine andere, ne? Er ist bei mir. So. Oh, das sieht aber gar nicht mal so schlecht aus hier. Stimmgewehr. Ähm, tauschen wir mit. Drei. Oh, Tarnvorrichtung. Hey, Pappkartons. So, was war denn da? Wo ist man da außen runter oder wie kann welche? Wo, wo, wo? Ich komm. Toffel, da bist du. Um, komm. Aber ein. Lass mich. Gute, Acht da hinten. Der Tresor ist offen. Die Frage ist nur, wie man da reinkommt. Ich hab den schon geöffnet. Ist er, Engel. Ihr pusht da hinten, aber auch aggressiv rein da hinten. Ich musste mich nur um mein Geschütz kümmern. Ach ja, hier stimmt der Heels-Eingang. Hä? Ist es noch nicht? Jo, ist tot. Ah, okay. Äh, hier. Das Gute ist, ich kann mich automatisch heilen, ein bisschen. Apropos. Hier. Oh ja, Shield brauche ich auch. Shield. Shield. Für was brauchst du so Shield? Ist leer. Für eine Sonderoperation. Shield kannst du hier noch lang suchen. Den Alkohol trinkst du nicht mehr. Solltest du vielleicht ein bisschen schneller trinken, die Zone kommt gleich. Die Zone. Jade. Oh, hier. Jade. Muni. So, was haben wir denn hier? Da, aber doch was. So, jetzt muss ich nur gucken. Äh, so. Zieh, zieh, zieh. So. Nee, geht nicht. Musst du mir noch kürz, äh, Dingens reinorgeln? Aber der Skinwechsel hat was gebracht. Meinst du, weil wir noch nicht tot sind? Ja. John Wick regelt. Der ist doch gut gegen Halsschmerzen, ne? John Wick. Wattes? Ich hab John Wick. Wick blau. Oh, hier ist ein Tunnel. Wow. Das macht Zeiss da drüben. Hin und her tunne. Nee, du hast Tunneln gesagt. Oh, Quatsch. Kopfgeldjagd angenommen. Ja, gibt nur Gold. Och. Ja, nur ein bisschen. Gold. Wer braucht schon Gold? Und man sollte sich nicht zu sehr auseinanderbewegen. Ich bin ja immer in der Nähe. Damit meinte ich eher Mischel. Ja, wenn ihr wegrennt. Wir rennen ja nirgendwo hin. Wir bleiben ja gerade noch hier. Ja, sagt doch direkt Arschloch. Oh, guck mal. Wir sehen fast aus wie Brüder. Ja. Ich bin ein besserer Killer. Ja, das stimmt. Und einen Hund hinten dran hab. Ich hab ein eingepacktes Schwert hinten dran. Hier, guck. Das ist der tote Hund von John Wick. Hab ich hinten drauf gemacht. Oh, geil. Hihihi. Das ist nicht schlecht. Passt doch. So. Stehen wir hier. Haben die Zunge im Maul. Das Katana ist noch ein geiles Schwert. Ja, Katana ist grundsätzlich gut. Was ist denn das hier mit dem Grappling-Hook? Hab ich sowas auch? Ja, das ist kein richtiger Grappling-Hook, oder? Guck mal, wie Toffel hier durch die Bäume saust wie so ein Ewok. Ich will das auch. Kann ich das? Ja, hast du die falsche Season erreicht. Ah. Das Ding kannst du finden. Alles gut. Okay, unser Kampf geht nicht weg. Ja, egal. Da hinten wird geschossen. Wird geschossen. Nichts wie hin. Töten wir die Anfänger. Ich würde Sound-Effekte visualisieren anmachen. Aha. Sind das die roten Punkte oben im Navi? Ja, so gesehen ja, aber wenn du Sound-Effekte visualisieren machst, dann siehst du, wo die genau schießen, richtig. Ah. Also ich sehe nur gelegentlich mal die Mrimmeln. Vorbeifliegen. Das ist dann sowas wie Cheaten. Ja, so ein... Legaler Cheat. Hat er gesagt. Ja. Was ist denn hier? Das Honguku. Passt auf, der macht gleich Kamehameha. Was für ein Ding. Das ist doch ein Goku. Kenn ich nicht. Bin ich zu alt für. Wir sind die neue Sword-Einheit hier. Oh, ist Kugel gesteilt. Hier ist verbannt, wenn jemand braucht. Ja, ne, bringt mir nix. Ich nenne mich schon eine Stulle mit Matt. Da hätte ich auch nichts dagegen. Hatte ich gestern. Ich nenne Matt-Kids in meiner Stulle mit Matt. Haben mich und ein Kumpel so eingeführt. Nice to met you. Ja, genau so. So, was seid ihr denn schon wieder? Richtung Zone. Ich kann euch gar nicht folgen. Das sind halt die alten Leute. Die können einem nicht folgen. Ja, ja, genau. Oh, ich hab sie gerade nicht gefunden. Ist wirklich so. Oh, will jemand Pizza? Ah, jetzt hab ich gerade aufgefüllt. Shit, warum hab ich jetzt... Pizza, wo ist Pizza? Pizza, Pizza, Pizza. Ich hab Energie verloren. Warum? Zwei Stücke sind noch da. Bist du irgendwo runtergefallen? Ja, gestern war aber kein Fall-Damage. Kommt auf andere, aus welcher Höhe du fällst. Ja, ich bin halt einfach den Berg runtergesprungen. So wie gestern auch. Da kommt der Zug. Aber gut. Der Zug. Dann brauch ich was. Der Zug hat keine Bremse. Ja, der Zug hat wirklich keine Bremse. Deswegen sag ich sie ja. So ist. Nix da. Wollt er mich verkack-eiern. Ich will auf den Zug. Obwohl, ne. Der fährt Richtung Zone. Äh. Keine gute Idee. Ja. Moni. Wiederbelebungs-Truck. Level-Aufstieg. Das wollte ich doch eher hören. Naja, ich und Maeve haben jetzt... Scheiße, ich bin stuck. Oh, Gott sei Dank. Toffelinu, da ist er. Zeiss, du schaffst das. Ich war grad stuck. Ich glaub an dich. Du schaffst das, Zeiss. Ja, ich bin doch schon wieder raus. Oh, da ist das Ninja... Ninja-Tödel. 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 Wo ist der Turm? Eigentlich müsste ich... Obwohl, dann... Nehmen wir den noch mit. Verstehe ich nicht. So, hier war doch gestern... Hier wird angezeigt, dass hier ein Funkturm ist. Michel! Ja, mit der kann man sprechen. Hier, Servus! Oh, was warst du denn? Der Funkturm hat sich wohl verabschiedet. Was war das denn? Was war denn? Flauberry Sprudel? Oh Gott. Sagen wir so, das Ding hat... Was macht man damit? ...einen sehr komischen... Beitrag. Äh, tut sich aber nix. Was sollte das machen? Äh, das musst du gedrückt halten. Ja, hab ich. Dauerhaft. Hab ich. Bis es leer war. Aber bringt nix in den Neue, ne? Was ist das denn? Da ist weiter drüben, sehe ich einen Turm... Oh, jetzt wird schon auf mich geballert, hier. Ja, wenn ich jetzt nicht bald mal verbannt finde oder irgendwas, dann brauche ich gar nicht durchstoßen. Ihr habt aber auch da drüben gerade... Oh, hier. Oh, dankeschön. Die Uhr weg. Ist da nicht noch ne Teammate? Ja, zwei sind auch, aber... Der soll hierher kommen. So. Papa ist satt. Äh, drüben sehe ich einen Turm, aber ich weiß nicht, ob das... Den du meinst. Ja. Egal jetzt. Na ja, weil es war ein Pink, von wo die kamen. So eine mythische Schrot ist auch schon geil. Ja, der hat einfach ziemlich OP. Ja. Vor allem ist das Ding ein halbes... Oh, hier. Ein bisschen. Da kommt der Lambo. Ah. Eigentlich wollte ich mitfahren. Ist eigentlich mittlerweile unnötig, das Ding zu fahren. Er regt nur Aufmerksamkeit. Ja, umso besser. Wir wollen doch Leute töten, nicht einfach nur spazieren gehen. Es ist lieber sichere... Ja, können wir auf die G-Klasse hier fahren. Die ist wesentlich gedendet da, okay, hier. Ja, die haben wir gestern auch gehabt. Ach, die G-Klasse ist geil. Ja, da sind wir gestern auch überall rum gedüst damit. Er springt erst mal drüber. Das war der gute Lack. Ich komme. Gestern war Michel immer auf dem Dach rum, anstatt... in der Karre drin. Ja, wusste ich nicht. Hab's dann... Ganz am Schluss hab ich's dann gesehen, dass man einsteigen kann. Bin von vornherein immer drauf gesprungen. Da kam dann gar nicht die Anzeige zum Einsteigen. Ja, wo? Eine Kutsche? Oh, wer... Wow. Wer fährt denn da? Ich bin nur ein schwerer Alkoholiker. Oh Gott. Ich sitze bei Zeus im Auto. Hilf mir. Ich werde in vier. Ist das nicht besser? Ich sitze mit Dach vor drinnen. Ist nur eine kleine Entführung hier. Ja, ich merk das. Gibt ja leider keinen Truck mit Free Candy drauf. Ja, genau. Ohne Fenster. Wäre ja auch ein bisschen schwierig. Dach wohl ist ausgestiegen. Ja, hier wird geschossen. Geschutet. Ja, irgendwo. Ah, die sind auf der Insel. Ah, am Baum. Nee, auf der Insel sind die. Da würde ich nicht gerade hoch marschieren. Ach, wart. Dafür haben sie eine zu feste Position. Ja, wir schießen ja schon auf, auf Maverick. Ja, dann lenkst du mal rein. Ach, da oben oder was? Auf dieser schwebenden... Was ist das denn? Ja, wo ich bin, sind die... Ja, das Gute ist, du sorgst für Abdenkungen. Ja, genau. Dann schießen sie auf Michel. Genau, ich opfer mich fürs Team. Ja, warte. Der Maeve kommt auch schnell hier rüber. Wieso? Michel lenkt ab und wir stürmen die Insel hier. Auf mich wird schon geschossen. Genauso. Das Gute ist, du bist eine gute Ahnung. Zack. Einen hab ich erledigt. Ja, jetzt. Bin ich auf der Insel? Ja, bin ich schon da und danke schön. Und jetzt komplett tot. Das ging aber flott. Gut haben wir darüber geredet. Ja. Nicht, dass du noch verloren gehst. Wie kommt man da hoch? Ah, so ein Seil da, oder was? Mit der... Mit dem Seil da. Okay. Siehst du, Mia, bis auf Platz 1. Ganz allein im Chat. Aber ey, wir haben sie gut gepusht. Mit einem Verlust. Ist doch noch gute Quote hier. Ach, ich bin kein Letzterealschaden, oder wie? Korrekt. Es ist immer nur einer draufgegangen. Also... Es hätte schlimmer ausgehen können. So hat jeder seine Aufgabe. Oh. Ja. Oh. Ich geh mal fliegen. Oh, nicht sterben. Oh, nein. Das war ein bisschen hoch. Ja, das Einzige, was ich noch machen kann, ist, Dings wieder zu beleben. Mehr kann ich nicht mehr tun. Scheiße. Mehr kann ich für euch beide nicht tun. Das war ein Satz mit X. Das war scheiße. Das war wohl nix. Aber noch kann ich einen retten. So. Ich wurde tot getötet. Von mir selbst. Das ist nicht selbst gestorben worden. Genau. Er war ein Jumphead übrigens. Wenn es sonst keiner schafft, mich zu töten, dann mach ich es halt selbst. Ja. Ich geh erst mal Waffen sammeln, bevor du hier irgendwo rumrennst. Das ist nicht. Ja, ich muss hier runterkommen. Ey, komm runter. Weil noch eine Rettung wird wahrscheinlich nix. Und mir, das spielst du auch Fortnite. So ab und zu. Hin und wieder. Gelegen. Und jetzt müssen wir weg. Maeve, steig schnell ein. Oh. Schnell. Den hatten wir gestern auch. Geiles Ding. Weil dem ist das auch. Nee. Das ist ein Octane. Ach, ist das ein Einsitzer oder was? Ja, wie gesagt, mir für mich war gestern auch mein erstes Mal. Und es war schön. Sehr erfolgreich. Das kann man auch falsch verstehen. Ja, ja, genau. Deswegen. Aber ja, war ganz lustig. Heute ist ein bisschen schwerer, muss ich gestehen. Da hast du recht, Toffel. Da hast du recht. Ippischer Sieg. Da hast du recht. Gestern war das so entspannt. Aber ey, wir haben noch gewonnen. Ja, das ist aber das Mindeste. Ich habe nichts anderes erwartet. Ihr wart die Opfer für den Fortnite-Gott. Genau. Toffel war einfach nur dabei. Maeve war einfach nur dabei. Den Sieg habe ich mal geklebt. Ja. Und den Sieg habe ich geklebt. Ja. Hehehe. Der Sieg bringt mir nun überhaupt nichts, weil ich den Kleider schon habe. So, morgen wieder arbeiten. Ja. Nur mit dem Hotel, der Sieg der Lippe von Baumarkt. Ich bin Henry und war auch dabei. Hehehe. Als Mitläufer. Ich bin auch dabei. Oh, jetzt bist du aber leise, Zeus. Etwas zu leise bei mir. Ja. Ich verstehe dich kaum noch. Ich muss mich auch nicht entscheiden. Ich bin normaler Ausstärke. Ja. Also ich höre ein bisschen leise geworden. Alles gut. Ich höre Maverick und Toffel höre ich gut. Aber Zeus ist sehr leise. Komm mal her, ich habe einen guten Emote. Den kann es aber nur... Den kann Michelle aber nicht hören. Wieso kann ich das nicht hören? Lizenz? Ja, weil es... Ja. Der sieht doch cool aus. Begalischer Königstiger. Thundercats. So. Geh mal da hin. So, ich habe wieder markiert. Dein Markierer höre ich gar nicht mehr. Ich spring einfach raus, wenn ihr auch rausspringt. Ich verstehe. Folgt dem pinken Punkt, das geht schon. Ja, genau. The Pink Panther. Was soll das jetzt wieder heißen? Ich habe mir die Farbe nicht ausgesucht. Hehehe. Außerdem ist das ein kleines Hotel da. Oh. mit Wellnessanlage. Nee, ohne. Nee. Oh, schade. Mit schwer überwachten Gegnern. Ja, also Wellness. Das hat Atemzug oder vermische. Also, wäre das pur. Weil nicht All-Inclusive. Ich glaube, es ist auch All-Inclusive, glaube ich. Nee, All-Inclusive ist nicht dabei. Das müssen wir uns selber... Aber ein ganzes Magazin inklusive. Aber auch nur bei der ersten Waffe. Den Rest muss man sich raussuchen. Ja. Ah, stimmt. Waffe. Eieiei. Brauchen wir auch noch. Das sieht aus wie das Hotel von Shining. Red Room. Jungs, so bleibt ihr... Oh, da mache ich einen Farblenkungshuhn. Oh, ich lasse gerade einen fliegen. Erstmal Waffen suchen und dann kannst du immer noch das Huhn spielen. Da. Ja. Das ist ja von Weitem aus wie wild so. So, wo ist denn hier die Rezeption? Ich würde gerne einchecken. Hallo? Die denken sich, du kannst nicht kreuzweise. Ja. Gehen sie raus hier. Sie machen alles kaputt. Wer schießt auch nicht? Wenn die so ein aggressives Personal haben, ist es kein Wunder, dass alles kaputt ist. Ja. Ist das fünf? So, ich gehe mal schon wieder den Bunker da unten öffnen. Eins. Das klingt nach dem Plan. Und wo sind überhaupt die Waffen hier? Welche? Welche? Welche Waffen? Gibt keine. Wir sind hier nicht in Texas. Wo kam der jetzt auf einmal her? In Texas gäbe es eine Kettensäge. Chainsaw Massaker. Was ist die beste Minecraft-XP-Farm? Keine Ahnung. Eine Schule in Texas. Gibt es ja keine Ahnung. Ah, ich habe den Bunker gefunden. Ob hier noch Licht brennt? Bunkersucht Frau. Wahrscheinlich, ja. Es sei denn, es ist das Kühlhaus. Da geht das Licht bestimmt aus, wenn man zumacht. Nee, hier. Nee, das Licht brennt. Es brennt. Ich habe sogar noch Wodka in der Hand, wer haben will. Oh, blaue Wodka. Ja, hier blaue Wodka. Gute Qualität. Ich habe Raketenwerfer. So ein bisschen Wodka wäre nicht verkehrt. Nö. Ein bisschen Schutzschild hier. Also ich bin jetzt schwer bewaffnet. Ich habe einen Raketenwerfer. Der zwar scheiße ist, aber jetzt, naja. Du sollst ihn nicht werfen, du sollst damit schießen. Das Gute ist, das Ding ist gut gegen Fahrzeuge. Ja. Schade, dass es die Panzer nicht mehr gibt. Pankja, ich begrüße sie. Oder die alten Roboter, die Saupeber. Oh, bei Maverick ist Fortnite abgestürzt. Ui. Aber Maverick, du bist noch drin. Ja, genau. Lass mich hier sterben. Geht ohne mich weiter. Kein Problem. Ja, und tschüss. Oh, eine Piñata? Was ist das denn? Genau so eine Piñata, wie man Sohn heute auf seiner Geburtstagsfeier kaputt schlagen dürfte. Schön mit dem Basie, wie sich das gehört. Drei. Na, wer schießt denn da? Genau auf mich. Die Nachbarn, die feiern gerade. Ja, ich glaub's auch. Ich bin der Nachbar. Der Nachbar, der Nachbar, hier ist Streit. Ah, hier ist so ein... Ne, Clusterhaftgranate. Das sind Pümpelgranaten. Ja, die sehen so aus, ne? Wie so ein Pümpel. Ja, ist denn auch so, normalerweise. Hier ist eine Clusterhaftgranate. Und trotzdem heißen sie Pümpel. Genau. So bin ich wieder im Spiel, aber nicht in der Runde. Ja, guck an. Willkommen zurück, aber nicht in der Runde. Also im Spiel bin ich schon, aber nicht in der Runde. Kannst ja zugucken. Wir haben die Dinger mittlerweile Energie. Hm. Energy. Wir brauchen mehr Energie. Also, verlernt hab ich das Ding nicht. Oh. Oh, ich glaub Chewbacca ist auch da. Was, Chewbacca? Das klang eben so. Also, für einen hab ich Platz. Alter, ist gut, ich lauf. Ja, das Powerbord. Ja, genau. Jetzt hab ich da keinen. Oh, jetzt wurde ich harfreichmäßig. Das hat ja schon gut angefangen, ja. Ich bin Forza-5-Fahrer, ich kann das. So betrunken oder was? Ich hab das 14.5. Also, wenn du hier so fährst wie in Forza, dann gute Nacht. Er fährt so wie in Forza, aber stinkt sich nur noch. Ja, ja, genau. Also, wenn du in der RP wärst, dann bin ich nicht auf der Straße. Tja. Die waren ja einfach. Waren das Bots? Ja, warte, ich aktivier mal kurz die Chip-Karte. Die Krankenkassen-Karte. Musst du durch den Schlitz ziehen? Ja. Among Us. Durch den Schlitz? Oh Gott. Wo seid ihr im Poster? Alarm. Ja, jetzt wissen wir, wo die nächste Zone ist. Den Schlitz kannst du raussuchen, Maverick. Hier ist noch einer, wer sieht. Ich hab's im Kopf, Kino. Vorne ist gut und hinten ist für'n Arsch. Wirst du, der Sturmgewehr? Kann einer von euch nehmen. Ich hab'n... Ja. Oh, ein gutes. Und, äh, wenn du abrutscht bist, ey, Marisch. Na ja, was? Wo seid ihr eigentlich? Ah. Ihr bewegt euch. Ich bin hier gemütlich am Rippen. Kannst auch zuschauen. Musst du ja nur einmal kurz bereit machen. Ich, äh, schau' dir ja zu. So ist. Ah. Du wirst von mir beobachtet. Stalker. Ja, definitiv. Was aber? Definitiv. Ah, hier sind wir wieder. Ah, die Map hat mir gestern sehr gut gefallen. Also, das ist ja immer die gleiche Map, aber... ...das mit den Bots hier. Hm. Sie sprechen leider nicht das OG-Handlangerisch. So. Was ist da der Unterschied? Zwischen dem anderen und dem OG-Handlangerisch. Äh, das... ...den Unterschied rauszuhören, dafür muss man es ehrlich sagen. Will jemand anderes einen Raketenwerfer hier? Hm. Äh... Was schießt denn da? Ich wünsche. Äh, da laufen irgendwelche komischen Figuren. Töte ich einfach mal. Aha, so ein Terrorist hier. Genau. Und dann zerstückel ich sie mit meiner Spitzhacke. Ein Traumwild war. Ich gehe mit dem Kopfschuss. Ich genieße das richtig mit der Hacke. Ja, ich gehe mal den... Oh, hier. Ich gehe mal den nächsten Bunker öffnen. Ah, verdammt. Unten im Keller. Ja. Weil ich schon wieder den Weg finde. Ich kenne noch gut. Warte mal. Hier unten. Ja, der kommt nur ich. Aber wie... Achso. Habe ich mich gestern schon... Ja, bitte die Münze. Habe ich mich gestern schon gefragt. Dafür musst du den Post killen und der... Der ist überhaupt eine Münze. Nein, nein, hier läuft. Eine Münze außen bei uns. What? Das könnte auch ich sein. Who knows? Ja, will die nicht da unten... Ich gehe mal hoch. Die Lage checken. Ja, genau. Ich halte hier unten die Stellung. Pass auf, dass keine Ratten kommen. Ja, schon offen. Ja, könnten gleich welche zu dir hoch... Da unten. Meinst du? Tatsächlich. Und hat mich... Platt gemacht. Mit zwei Schüssen. Lass mich. Lass mich. Tod. Kannst du mal Granaten finden? Ich brauche Hilfe hier unten. Hier oben ist auch los. Aber da unten sind gleich mehr. Die Runde wird nix. Positiv denken. Dabei sein ist alles. Hey, dabei sein ist nix. Das einzig Gute, was ich hier mache, ist Erfahrung. Für den Battle Pass. Fortnight Battle Pass. Für Fortnight Day. Battle Pass. Muss man da betteln? Bitte, 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 hilf mir. Der Battle Pass. Manchmal muss man wirklich... Battle Pass. Was hab ich denn grad für'n Gleiter gekriegt? Oh, Maverick ist bereit. Wieder dabei. Ja, logisch. Bin ich bereit. Bereit. Oh, Zorys, du hast Batman? Das ist ja geil. Ich bin Batman. Oh, ich bin voll der Batman-Fan. Oh, mega. Den Batman. Ne, das ist so ein halber Joker, oder? Das ist der Batman, der lacht. Ah, okay. Der andere war geiler. Das war der Dark Knight. The Dark Knight. Ein gepanzertes Batman. Dann nochmal so ein... Oh, der originale. Ja, Adam West. Und dann nochmal... Einer aus dem Comic. Ja, okay. Also der Dark Knight, der da, der sieht richtig geil aus. Cool. Aber wahrscheinlich muss man den kaufen, ne? Für echt Geld. Ja. Ja, dann eher nicht. Der war aber auch schon lange nicht mehr im Shop, also. Ah, okay. Ne, mehr. Ohne Robin ist schon okay. Mit Robin zusammen ist das irgendwie so ein komischer Touch irgendwie. Ich weiß nicht. Da passen mir die Farben nicht von dem. Harley Quinn hätte ich noch. Superman, Aquaman. Harley Quinn, geil. Joker habe ich. Mhm. Catwoman. Nein. Frozen Ivy gibt es noch. Die Oldschool-Sachen. mit Adam West. Die erste Serie mir. Habe ich mit meinem Sohn geguckt. Da war der drei oder so. Ja, so ungefähr drei. Hat sich kaputt gelacht. Seid ihr mir so auch Batman-Fan? Ja. Ich hätte ja auch noch Bananen. Nicht nur eine. Banane hätte ich auch, aber die muss noch geschädet werden. Ich hätte eine Eis-Banane, die OG-Banane, Banane mit Anzug, Horror der Banane. Oh, Banane mit Anzug mag ich nicht so. Da merkt man ja nichts. Das ist, das ist 007, Agent Charly. Undercover. Meinst du, Agent Charly? Charly, genau. Oh, geil, Zeus. Das sieht voll geil aus. Ja. Und die Spitzhacke vom Zero-Batman. So gut. Ich bin Araber. Ja, nur der Tanz passt irgendwie nicht so zu Bats. Oder vielleicht ein bisschen mehr... Disco-Koogel. Na ja, Busch. Na, zu sein. Ja, genau. Mach mal ein paar Burger. Ihm, sende sie es an. Ich brate euch alle. Geil. Ein Mini-Monster-Truck. Das ist ja cool. Verstehst du das? Ja, klar. Hey, ich wohne in Deutschland. Ich muss Türkisch können. Ich muss mich doch verständigen können. Ja, besonders im Flankverbot. Halt was. Halt was. Oh, küss mich um Momba. Wir gehen zu Peter. Zu Peter? Hey, Wetz. Jo, gib mal Rüffel. Ich achte nur drauf. Ah, jetzt hier. Hinterher. Wo geht's hin? Ah, ja. Ich glaube, ich kann fliehen. Justice. Forkauf. Family. Ich glaube, ich kann fliehen. Ich glaube, ich kann sterben. Ja, das ist sowieso. So. Sturm braut sich zusammen. Ich mit meinem Flugmotorrad. Ja, und ich mit meinem zerfletteten Fledermaus-Gleiter. Ich habe irgendwie so eine Drohne. Keine Ahnung. Mit zwei Propellern. Aha, eine Kamikaze-Drohne. Will ich jemandem was anspielen? Kamikaze. Keine Ahnung. Ich hätte auch eine F-16 als Gleiter. Oh, cool. Obwohl mir eine Mick lieber wäre. Oder eine F-22 Raptor. Die sind geil. Extrem wendig, die Dinge. Dann lieber eine F-27. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Hast ja geschrieben, aber keine Ahnung. Ist ein Teejäger. Was will man mehr? Oh. Tee ist immer gut. Ich mag Tee. Ja. Ich mag diesen Rewe-Tee. Sweet Kiss. Oh, verstehe. Kriegt man den von der Kassiererin? Ja, nee. Weil wenn man da ein bisschen mehr Zucker reinhaut, dann schmeckt er wie Glühwein. Aha, okay. Ja, Zucker mache ich nicht rein. Tatsächlich. Euer Schwarztee mit Zitrone und ein bisschen Zucker. Schmeckt auch gut. Schwarztee, also aus Friesentee mit Klunche und Sahne. Das ist was Geiles. Ich kriege eine Scheiß-Gar mit Schalldämpfer. Oh, jetzt kann ich Ihnen nicht. Ich würde nicht direkt zu Peter gehen. Ach, oh scheiße. Oh, das war Glück. Das war Glück. In den Hinterkopf geschossen. Ja, ich hiete mich. Hiet? Was du hietest? Ich glaube, mir mag auch Tee. Ja, das stimmt. Entweder Hunger oder Ohr wie immer. Oh, Wasser. Ist das gut? Nee. Nee, Wasser ist nicht gut. Wasser ist schädlich für die Seele. Und auch fürs Motorrad. Welche Seele? Ja, stimmt. Meine Seele ist durch Wurfander weg. Du hast deine Seele an den Teufel verkauft. Der Haus ist hier. Ah. Mia. Was war das denn? Verstecken? Nee, warum verstecken? Nee. Töten. Ab in Savare. Wohin? Oh, zu. Gehen wir noch rein. Oh. Ah. Donnersalvenmaschinenpistole. Ich bin ein Pinguin. Oh. Ich habe mir hier die Rote-Fahrer schon serviert. Oh, bei mir. Ich habe mir ein Butt geschrieben. Wo ich, wenn ich auf YouTube Musikvideos like, dann sucht er automatisch auf Spotify das Lied raus und fügt es in eine Playlist hinzu. Ich habe gestern so viel geile Musik gehört noch. Schön 80er, 90er und so. Alles geliked. Voll die geile Playlist jetzt. Oh, Pizza Party. Pizza? Ich komme. Eine Pizza. Hat ja jemand Pizza gesagt. Ich teile nicht. Beim Essen hört der Spaß auf. Bitte. So, bitte einmal den Barcode einscannen. Eigencode. Das wollte gerade ruckeln. Bei mir hat das auch etwas geruckelt. Ah, okay. Nicht nur bei mich. Wo rennt ihr denn rum? Und was denn woher ist das? Slurp Company. Okay. Ah. Da. Okay. Ich will raus. Ich muss hier raus. Ich will zum Zug. Kennt ihr das? Den Jungen im Bus? Ich muss hier raus. So geil. Jemand ist auf und hoch. Maverick, alles klar bei dir? Versuchst du da irgendwas Bestimmtes? Oh, fuck. Wie bin ich? Ah, jetzt so. Okay. Ich glaube, Maverick ist wieder rausgeflogen. Der User has disconnected from the channel. Der hat den Lockvogel verloren. Ja, genau. Scheiße. Wer macht es jetzt? Der hat er gefragt. Ich habe es geahnt. Scheiße. Okay. Ich renne vor. Ja. Geh schon mal vor. Ja, warte. Ich geh schon mal vor. Was machst du denn für ein Walk? Das ist Silly Walk, ne? Von Monty Python. Ah, nee. Das ist einfach nur ein Hühner-Emot. Warte. Oh, cool. Ein Rad, Zweirad und du hast ein Vierrad. Ich habe es. Warte. Ich habe auch. Warte. Kannst du drauf? Oh, geil. Ja, aber ich kann nicht drauf. Warte. Ich komme hinterher. Gehüpft. Müssen wir da zu den Blauen hin? Wahrscheinlich, ne? Ja, da können wir wieder Sturmvorhersage kriegen, wenn wir die Potts kriegen. Aber da sind welche. Ja, cool. Töten wir sie. Ja, wir können. Ja, wenn ich, wenn ich schaffe, da hinzukommen, ja. Aber wir sind schon da. Ja, ich bin die Nachhut. Joa. Gib uns Rückendeckung. Ja, vielleicht kriege ich jetzt noch Snatter, dann kann ich helfen. Ich habe den Saft gekriegt. Den Saft? Ja, den Saft. Möge der Saft mit dir sein. Oh, läuft ja. So. Dann bitte einmal die Kreditkarte ablesen. Ist doch keiner kreditwürdig. Ich hoffe damit. Ja, genau. Aus dem Alter sind wir raus, wo wir kreditwürdig waren. level aufstieg dahin was ist hier denn hat einer gekämmt nerds in the dirt gold hammer pump gun überfall jenny ist klar gott nach aber ein flugzeug kommen mehr würde ich hatte wieder blue screen er sollte mal vielleicht datenanbieter hat schon länger probleme mit dem ding ich komme zu euch da sind ja ja wenn man andere lustig habt ihr spaß da oben jetzt laufe ich extra hoch da laufen die wieder runter ich muss mal meine schrote nachladen SECURول stimmt nachladen könnte ich auch mal zwischendurch ja und ich brauche mal maschinengewehr munition ansonsten war's thế sehr schnell Sort einheit muss vorrücken SWAT THE HELL ist denn die neue SWAT einheit den slotrum aber clone seien würden oder was aber ein und gesnipet darauf schicke ich mir ein gg also irgendwo von dem weg da drüben okay verstehe ich versuche mal das mit hängen von hinten zu holen irgendwie herankommen hat mich gerade angeschossen ja es ist ein sniper gewesen aber von muss mir jetzt mal eine stelle mit mädchen ansonsten wir hier im baum am baum also hinterm baum der baum an marke der baum einmal marke der baum mark es gibt marken das ist da wobei der wiener über die jungs katholik der hüpfte darum ich hab ich weiß nicht ach so acht bei dir ja ich verstehe die ganze zeichnung nicht da muss ich erst noch mit klarkommen habe ihn wärstens so lieb und würdest du mal hier kosten den arsch wieder haben muss so mache ich kann wir auch beide machen geht schneller ok second chance team neustadt einleiten alles klamier wenn ich nicht streamer für arme wäre hätte ich einen richtigen pc nicht so einen haufen schrott die ist die stream gar nicht aber auch ein haufen schrott also von daher hast du alles ja aber ich glaube maverick ist einer von der blue main group so für den blue screen hat sehr sehr ärgerlich ja und ich bin auf konsole also ja da hat man eigentlich selten blue screen was alle schlimmste was passieren kann aber nur aus dem spiel raus gekickt zu werden ja wo ist die eisbanane hier und schaue ich mal uns mit einem badmans zu ja wir haben oder hin und einig wenn will jemand sterben ja das haben sehr viele leben und schieb ja außerdem die richtung die nächste zone ist da unten genau da genau da zugriff aber einer ist da noch versucht jetzt habe ich meine sniper hier sind die gut wahrscheinlich ja aber ich bin ja mal ich für fernkampf machen wir erst mal der fernkampf ist auch besser im nahe kampf kannst du nur mit der strohwort richtig machen das denke ich nämlich keinen infinitesort das sagt mir was hab ich schon mal gehört ist auch schon eine ewigkeit her wo da drin war war das hier im spiel weil mir kommt das entweder von einem film oder von einem anderen spiel bekannt vor das infinitesort war einfach nur ein über fettes schwert ja klingt so ich meine bei final fantasy 15 gab es auch eins was so hieß bin mir nicht sicher aber auch mal an tarnos modus konnte man tarno spielen oder das mit dem schock haben wir hier war auch mal geil was schon kann man den schock haben dann gibt es nur noch im kreativ aber den fand ich geil hast einmal auf den boden geballert dann bist du erstmal 500 meilen in der höhe okay wie bei quake früher so ein rocket jump oder das lichtschwetter werden bald wieder reinkommen ist es sicher am vierzehn vierter mal ja vierter mal ja may the force be with you wie der spannende sagt also passt es doch mit dem hat sich mal mit dem lichtschwert im solomodus mit dem lichtschwert wer baut hier hügel hin aber ich treff nix kein name hast du zweimal getroffen also noch mehr ja da ist gerade der 2s weltkrieg ich glaube wir stellen da gerade irgendeine party da ist noch eine banane ja schon fünfmal getroffen die hält was aus das ist bestimmte chiquita die ist länger haltbar die hat sich direkt getroffen ich bin der schroff da reinkam du meinst die länger frischbanane ja genau die länger frischbanane tatsächlich die banane hat ein reaktiv links reaktiv links wieso kann ich nicht das ding warum kann ich den schildtrank nicht nehmen ich habe nur 50 schild mit kleiner ist geht das nicht und klein war ich habe noch einen großen mehr informationen als ich wollte danke die start wird angegriffen mit schild kommen sie mit alle alle blöder fisch aber das kann ich auch nicht nehmen willkommen in italien italia italia und büschmuni willkommen in italien zweiter weltkrieg erobern die stadt zurück einer scheint hier unten zu sein das bin ich ich wiederhole es war einer aber hier unten scheint auch noch mehr ist und zu kommen ich habe den weinkeller gefunden ich glaube hier bleibe ich boah ich bin ja gerade in den nest gestoßen ah und Zeus auch ich war hier schon vorher unten oh fuck 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 was fuck ja Zeus rette mich dann unterstütze ich dich ja das ist das ist quasi der schild hat mir so gesehen ein bisschen den Arsch gerettet ja warte warte da anders bam Allah in your face in the face und zwar from the behind oh ja oh das ist was feines so ganz was feines jetzt bin ich perfekt für den krieg ausgerüstet hier schau mal ich hab ein gayhorn ich bin hellneu und bin auch dabei ja hier mhm ein gayhorn mhm ja so der der gerade noch den ostdeutschen dialekt nachgemacht hat also ich bin der der am meisten anstattend hat Achtung die Zone die Zone ist in der Nähe oh komm ich muss mich erstmal hier heilen ja hier oben sind welche so wo geht es denn da noch hoch ich brauche Verstärkung ich hab den Weg vergessen ah da bist du ja warum hab ich ein ah ich hab gar keine Waffe ausgewählt also einer rennt hier definitiv noch um ja oder der ja über mir über dir rein da ja hier bei mir da ah knachel leer jawoll erledigt warte hier ich mach mal sauber ich mach mal sauber und ich hab natürlich wie immer nichts gemacht tja so dann werde ich mal los muss morgen raus ah ok ok ja dann äh gehabt dich wohl hat du was gemacht ja auf jeden Fall freue ich mich schon aufs nächstes Mal ja der nächste Sonntag kommt schniff 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 die schniff wer ist denn nächstes Mal überhaupt dran oh keine Ahnung ich weiß du ich glaub du oder ja äh ich glaub zeus ja ja ne oh das wird lustig hm War Thunder oder ja auf was können wir uns einstellen ja dann wäre es mal definitiv ja ok ok dann machen wir das kann ich das schon mal in den Streaming kann ich das schon mal in den Streamingplan eintragen ja so sind jetzt alle raus oder wie also ich hab noch Zeit so dann sag ich gute Nacht ja gute Nacht bis zum nächsten Mal jo aber das ist schon was anderes ne mit Maus und Tastatur das scheint auf dem auf der auf der Xbox mit dem Controller scheinen eine Zielhilfe dabei zu sein die hast du hier nämlich nicht auf gar keinen Fall und ich muss mal unbedingt meine DPI einstellen an der Maus ich kann nicht seid ihr alle in der Lobby jo äh ne ich bin noch da da wo wir den getötet haben den letzten ja Mia ist wieder da hat sie geschmeckt ich würde auch gerne eine rauchen mach doch nö ich hab ja den Dampfer hier für solche Zwecke oh ich hab Sachen gewonnen 35 Battle Pass ne Battle Sterne und und was auch immer das ist us us otze us wir freuen uns über dein Feedback wat überspringen was wollen die von mir spinnt da hat sich was getan wer spinnt alle absolut alle ja komische Dinge da brauchen wir nicht nehmen wir lieber die Tasche wieder die ist cool hm da muss man auch erstmal alles verstehen hier oh Gott 54 Banner hm hm kein Plan boah Toffel was bist du denn für ein Vieh das ist die Katze in Ruhe miau Möchte jemand mal die Muschi streicheln hm hm die Muschi mhm der sieht cool aus geile Schuhe Toffel deine Augen funkeln wie Diamanten hm die sind heller als Diamanten ja schon schon heller hm 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 ist gemacht äh ah jetzt wollte ich grad Uschi sagen mia hm ich hab was anderes verstanden aber ich sag's besser nicht hm ja wenn die ganze nur über Katzen spricht das kann schon mal du verstehst eh immer nur 2 der Ding Mist meine Güte immer grundsätzlich das ist Standard in meinem Kopf bei mir ist das Standard hm also bei mir nicht hm äh warum bin ich nicht mehr bereit achso es geht los als es los geht Abfahrt nun geht er los hier raus raus ich auch mir ich auch das ist die die Grundsubstanz meines Humors hm was Zeitäutigkeit jawohl hm auf der Arbeit ne egal in welcher Firma ich gearbeitet hab hieß es immer irgendwann wenn wir mal ne Belehrung kriegen wegen äh sexueller Belästigung am Arbeitsplatz dann ist das wegen mir hm hm also nicht wegen Mia sondern Mia ja Mischel die Hacke ah wegen Mia ok genau Mia ist schuld ah hier ein turtle ja wie findest du die Hacke Mischel die Hacke ach die Hacke ah die kommen mir sehr bekannt vor ist das von ähm Devil May Cry könnte sein ne das ist angelehnt daran ja ne das ist kein Problem wir haben zwölf sich mehr zum zum angeben der Calls oh ja scheiße wir sind verloren guck mal hier lila das soll man lila nehmen das weiß ich nicht das muss ich nicht zu spät ich spiel mal raus achso ich spiel nach nicht raus ich spiel nach links das Resort äh Risotto ich springe euch einfach hinterher ah ja da seid ihr richtig griffin einfach wieder oh mein Gott ist doch egal wir haben hier das recht mit den richtigen Leuten kann das richtig richtig geil sein wenn alle zweideutig denken haste eindeutig mehr Spaß ja genau eindeutig zweideutig da kommen dir die Tränen vor lachen oh ich glaube ich geh mal da hin erst mal ein bisschen liegen aber wir sind nicht die Einzigen die da hin wollen ja gerade gesehen deswegen geh ich mal an die Tanke hol mir mal noch eine Waffe und ein Energy Drink komm da zeig oh fantastisch fantastisch genau das was ich gesucht habe fantastisch quasi quasi modo oh ja da geht was oh was hab ich da noch eingesammelt also jetzt geh Mischel wenn du gerade von quasi modo rietest du kannst mir so ein blöder Witz hinsehen okay da kann mir gerne gerade so ein saublöder Witz hinsehen Schieß los Schieß los Glöckner von Notre Dame arbeitet nur von Montag bis Donnerstag also quasi modo oh ich kenne ich kenne da noch mir fällt ein englischer mir fällt ein englischer Witz ein aber den wird nicht jeder verstehen wenn da so die Besucher nach Notre Dame gehen und dann quasi modo sehen I don't know his name but his face rings a bell so his face rings a bell so geil ich habe leider keinen Distanz oder muss ich helfen kein was? eine Distanz, was denn? ich habe eine Granate ich habe sie alle ausgeschalten hier die hier waren verschluck dich nicht oh jetzt geht er unter das Ende ist nah wer? du am ersticken was kann ich dafür wenn das gleich falsch abbiegt tja ist doch jeder schon mal ins falsche Loch gerutscht wir haben wir ins falsche Loch ganz aus Versehen natürlich ja vielleicht nicht und Ah, das ist wieder so ein Seil. Na, guck an. Oh, okay. Ich glaube, die hätte ich jetzt nicht unbedingt hingehen sollen. Peter Griffin ist da. Ja, bist du mutig? Ich wusste, dass das hier bewohnt ist. Ich komme dir helfen. Das klingt gut. Habt ihr auch immer so viele Waffen einstecken? Oder bin nur ich so blöd? Äh, von dieser Aussage geht es, dann ziehe ich mich. Die haben sich ja super platziert da unten. Komm, komm, komm. Lad schneller nach. Die Tür ist offen. Quasi. Mia. Hast recht. Was? Solange man aus dem Loch wieder rauskommt und das Richtige findet. Aber ich da vorhin gesagt habe, jeder war doch schon mal im falschen Loch. Oder ist ins falsche Loch gerutscht. Ganz aus Versehen. Ach, hey, wir zum Bindauern. Schieß doch. Ah, ich habe gar keine Munition. Boah. Da waren drei Stück auf einmal. Junge. Level 166. Ja, okay. Das ist jetzt nicht unbedingt unsere Liege. Nee. Die spielen das quasi 24 Dieben. Ja, genau. Aber geil, der Rucksack von der Dame ist... Wie hieß der? Dr. Brain von Turtles. Sieht mehr aus wie Alien and Predator. Ja, nee, nicht ganz. Nicht ganz. Eher vielleicht noch... Boah. Wie hieß denn der? Mit dem Schwarzen Eggern auf dem Mars. Ach so. Ja, ja. Total Recall. Ja, genau. Total Recall. Der Mutant, wo der auf dem Bauch wächst. Der sah auch so ähnlich aus. Äh, eher weniger. Es fährt ein Zug... ...nach nirgendwo. Ging sehr schnell rum. Die Runde, ne? Fällt mir grad so auf. Ja, und äh... Auch schon 2014. Ja. Also so 20 Minuten können wir noch machen, maximal. Ja, ich bin auch nur nach 20 Minuten da. Oh ja, passt ja. Weil, äh... Irgendwann muss ich ja auch ins Bett. Jo, Schlaf wird überbewertet. Ja, sag doch gleich, Arschloch. Nee, bei mir ist es so, ähm... Nach dem Zocken brauche ich noch eine Stunde, bis ich ins Bett gehe. Deswegen, äh, 22 Uhr aufhören, dass ich um 23 Uhr ins Bett komme. Sonst wird mir das auch zu spät. Was, äh, du brauchst eine Stunde, äh, um, äh, zu pennen? Ja, ja, weil ich mach dann hier noch ein paar Sachen fertig, ne? Nach dem Stream. Und dann geh ich runter, nochmal gemütlich was trinken, gemütlich eine rauchen. Und dann guck ich gern noch, ähm... Ähm... Craig Ferguson Late Late Show. Das ist von 2010. So eine amerikanische Late Night Show. Er ist, äh, aber Schotte. Und das ist total geil. Null Konzept. Da hockt sich einfach hin und labert einfach nur Scheißdreck für 40 Minuten. Und dann ist die Show vorbei. Das ist so gut. Okay. Oh, ihr seid schon draußen. Verdammt. Oh Gott. Hoffentlich finde ich euch wieder. Ja, das würde besser funktionieren, wenn man nicht ans Solospieler denken würde. Tja. Wenn was? Wenn man nicht ans Solospiel denken würde. Nee, ich raff das auch nie. Wann man rausspringt und warum. Jo, deswegen gibt es eine Stimme, mit der man Kreuz geben kann. Ah. Ja. Scheiß. Nutze sie. Aber ich, ich komme in Toffels Nähe. Maverick ist zu weit weg. Da schaue ich nicht. Was haben wir denn da? Guldiges. Gehabt. Moin. Ich soll dir die Heizung ablesen. Aber in der Nähe von mir sind Feinde. Oh, mir. Das lese ich jetzt nicht vor. Sehr geil. Ich kann es nicht vorlesen. Dann werde ich gebannt. Aber ja, du hast recht, mir. Ja. Nein. Eine Waffe. Endlich. Mit 30 Schuss. Juhu. Ich fühle mich so sicher. Du musst es irgendwo ein Eingang geben. Das hätte ich dir sagen können. Da war ich vorhin schon drin. Also, als wir vorhin auf der Map waren. Hatte nur gerade die, äh, Dingens. René. Ja, läuft. Also, wir haben gestern schon mal getestet. Mit der Xbox. Das lief wesentlich besser. Da hatten wir, äh, ich weiß gar nicht. Okay, bin down. Fünf epische Siege nacheinander. Heute ist es etwas schwieriger, muss ich gestehen. Mit PC und Maus und Tastatur. Aber läuft so weit. Gut, hier sind jetzt die ganzen, äh, Kommt was? Hör aus, Sonnelein. Kommt was? Ja, ja, ne? Das sind die ganzen Profis da. Sag ich ja. Ich höre was. Von rechts. Alter. Keine Munition mehr. Super. Ich brauche eine Waffe, verdammt. Wir spielen im Team, ja. Wir sind zu dritt. Was, wir spielen im Team? Im Team spielen wir, genau. Ja. Ah, kalt er nicht? Ah, doch. Bin tot. Anzuspannt. 20 Schuss, immerhin. So. Friskürzhaft Toilette. Hau rein. Können wir versuchen, dahinter zu kommen und den Typen mit Alzen sammeln, aber... Ah. Hätten wir auch das Auto nehmen können, ne? Hätten wir auch das mal lauter zu Fuß. Oh. Da gebe ich dir recht. Oh, ist das weit. Komm, wir lassen ihn sterben. Muni, gehst du drinnen? Oh, Muni, 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 was be funny in the rich man's world. So, dann war ich ganz gut da. Ja, ich glaube auch. Ich könnte noch ein bisschen Medikit gebrauchen. Ich könnte ein bisschen Schild gebrauchen. Warte, aber Medikit kann ich dir eins legen. Da bist du zumindest aufs Bedarf voll. Ah. Oh. Habe ich das Schild? Warte mal. Oh, mit den scheiß Knöpfen hier. Was ist das denn? Ah, nee, ist eine Granate. Da. Heil mich. Ich bin wieder da. So. Da ist er wieder. Wir sind gerade auf dem Weg zu dir. Alles gut. Nicht, dass dir langweilig wird. Genau. Liegt er da rum, hat die Zunge im Maul, sagt nix. Er hat nur eine Zunge im Hals. Du liegst da rum mit der Zunge im Maul. Langweilst dich. Ach, ich doch nicht. Ich unterhalte mich mit dem Chat. Mit welchem? Mit meinem. Wie, mit deinem? Ja, mit meinem Chat. Du unterhältst dich mit deinem Chat und ich mit meinem. Klick nach dem Plan. Oh, hier. Ich nehme mich doch lieber das. So, da komme ich mal zu dir. Bevor du mir noch verreckst. So, wo ist das Ding? Da ist eins. Und da ist eins. Gehen wir da hin. Wui. Tudum. So, gerne auch den Michel reinfolgen, wer ihm noch nicht folgt. Ich bin ja nicht der Einzige, der live ist. Klingt gut, danke dir. Auch gerne bei Maverick mal reinschauen. Komme ich mal anscheinend. Nachher kommt Mia um die Ecke. Und Zeus Werther und Toffel. Ja, die üblichen Verdächtigen quasi. Ja, die Wiederholungstäter. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob meine Muni ausreicht für da rein. Oh, hier. Oh, Alter. Was hat denn der für eine Knarre? Geh weg. Alter. Triff mich zweimal und ich bin tot. Also, so richtig tot. Verdammt. Jo. Hoppala. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Ich würde es hier gerne holen, aber er hat immer noch 300 Typen rum. Ja. Und die haben gute Waffen. Aber da kommt schon der nächste angefahren. Von links. Ich habe mal mir die Mystik gekraut, um den niederzustrecken. Oh, der war gut, Toffel. Genau zwischen die Augen. Ja, war ein Versuch, ne? Ja. Die Charakter habe ich mal. Das ist schon mal sehr gut. Oh, oh. Jetzt wird schon auf mich geschossen. Ich mag a la carte. Oh, hier. War der kein Kopf, der ist tot. Das ist gut. Und, und, und. Michel sagt sich im Moment vom, äh, immer Rieschenen. Genau. Ich lebe. Äh, 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 äh. In der Werkstatt waren gute Waffen, ne? Gestern zumindest. Heute, äh, doch. Da haben wir was. Ein bisschen Muni wäre auch schön. Weil da in dem Eck war noch was. Jawohl. Ach. Ich kenne mich doch aus hier. Wie in meiner Westentasche. Oh, ne. Oh, 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 fuck. Achso, die haben unten schon alles leer gelootet. Ei, ei, ei. Jetzt aber Shell. Hier oben sind noch Kisten, Möcher. So ist eine. Oh, I'm coming. Und das ist die Munition, eine blaue Waffe. Kannst du mal alles einsacken. Da ist es gut. Da ist es gut. Das sieht doch nice aus hier. Alter. Alter, gerade voll einig. Hakt bei dem Geräusch. Ich habe mich auch kurz erschrocken. Zapler? Was ist ein Zapler? Äh, drei. Ach, es wird schon auf mich geschossen. Ja. Und wo? Das frage ich mich auch gerade. Von ersten. Aber kann ich genau sagen, wo... Ach. Ja, irgendwo. Da oben, ne? Ich habe ihn gehittert. Einmal. Ich könnte mit dem Ausrad draufklicken und einen Marker setzen. Da. Da drieben. Oh, Alter. Der hat mich voll erwischt. Ich bin gleich tot. Mausrad draufklicken. Okay, muss ich mir merken. Ja, das wusste ich hier auch nicht. Wollte ich vorhin schon fragen, wie das geht. Ich habe mich schon lange gefragt, wie das geht. Einmal vor Strahlen. Lass einfach noch hinten runterziehen, den Berg wieder gut ist. Hm. So, hier, so eine Granate. Diese Portale. Was machen die? Reportieren dich nach oben, dass du wieder runter drobst, quasi. Ah, okay. Ich verstehe. So ein Fluchtweg. Oder halt ein zweiter Weg, auf die Insel zu kommen. Aha. Verstehe. Wir hätten zwei Fahrmöglichkeiten. Ein Moped, einmal den Lambo, der vorne davor steht. Oh, ich denke, Lambo, kommen wir alle drei rein, oder? Auch wenn es nur ein Zweisitzer ist, aber da kann ja einer aufs Dach. Ich nehme mir sonst das Moped. Oh, ist hier nichts? Nee, ich habe gleich genutzt. Schade. Ich habe nur noch 19 Energie, ne? Ja, wir suchen da was. 19 HP ist nicht hier. Ja. Hopp runter. Ja, das ist ein Forza-Spieler. Auf mich wird auch schon geballert, Hilfe. Oh, auf uns schon die ganze Zeit. Aber wir sind schneller. Ja, ich habe... Oh, geil, hoffe ich. Kein Sprit leer. Nee. Jetzt sind wir so schön übers Wasser gekommen. Aber der Sprit ist leer. Ei, ei, ei. Ich habe noch ein bisschen Spiritus in meinem Moped. Füll mal um. Dann nimm den Kollegen mit. Aber das Moped ist nicht mehr so taufrisch. Ja, das sprüht schon Funken. Ich muss ja mal pissen, Alter. Warte, ist gleich bumm? Naja. Aber lass es liegen, bevor es kein Wum macht. Ja. Soll ich da denn hochkommen? Wir laufen in die falsche Richtung, oder? Ja, wir müssten ja erst mal hochkommen. Ansonsten hängen wir unten runter an drei Punkten festgepinnt. Ah, okay. Love, Forrest. Love, Michel, love. Da ist jemand, da ist jemand rechts. Da beim Marker. Blöde Waffe. Die Person ist tot. Jo. Hat hoffentlich verbannt fallen lassen. Ja, doch. Ja, da ist was. Ich möchte jetzt noch ein bisschen Deckung. Das könnte uns ein bisschen tödlich enden für dich. Ich bin schon geheilt. Sehr geil. Diese Person hat eine Twitter-Blei abbekommen. Ist nicht mehr bleifrei. Verbleib. Verbleib quasi. Ja, genau. Wie kann ich mich denn ducken? Ah ja, mit Steuerung. Okay. Okay. Wo sieht man das Leben noch 15, wenn ich das richtig sehe, ne? Wo sieht man das? Ja, war 15. Ach da, ja, ja, genau. Stimmt, jetzt sehe ich es gerade. Da unten läuft was. Irgendwas gleitet über uns. Oh. Oh, ich habe mich gerade verlaufen. Ich komme nicht raus. Okay, bin down. Bin down. Oh. Oh, fuck. Ich würde gern zu, ich komme, aber... Jetzt komme ich rüber. Oh, das war sehr knapp. Komm her, Michael Myers. Heb den Hammerweg auf, hinter dir. Aber es ist zu spät. Ah. Fuck. Eine Zicke. Eine Oberzicke sogar. Oh, jetzt ist 10 Uhr. Jetzt könnte man eigentlich direkt die Zeit nutzen, um Tuck zu machen. Jo, Thomas. Passt doch eigentlich. Ja, ne? Als wären wir absichtlich gestorben. Fünf Sterne. Sonst nix. Ich habe auch fünf Sterne bekommen. Ja, war cool. Hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also gestern fand ich es besser. Da war es nicht ganz so wild. Heute hatten wir ja Gegner, mein lieber Mann. Schwierig, schwierig. Na gut, Leute. Dann, äh... Vielen Dank fürs Zuschauen. Schlaf gut. Und einen guten Start in die Arbeitswoche. Bis dann. Bye, bye. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.